Seid ihr auch schon angekommen, dann heiße ich euch herzlich willkommen, denn es ist wieder soweit zur wundervollen Weihnachtszeit. Ein Jahr ist es nun schon her, Winterdorf, hier ist seine Wiederkehr, doch was passiert wohl dieses Jahr? Nun, nichts ist hierbei wirklich klar. In schon vier Tagen geht es los, doch wer wird kommen, frage ich mich bloß. Wenn du dabei möchtest sein, schreib's in die Kommentare rein und du wirst gelassen, schnell herein, denn Winterdorf ist für jeden daheim. Die Regeln sind ziemlich banal und dennoch nicht egal. Sei einfach kein Depp und bitte laber kein Crab. Spielen kann man nur drei Stunden am Tag. Warum? Damit man nicht übertreiben kann so arg. Einen Adventskalender wird es geben, der geöffnet werden kann von jedem. Und mit diesen feinen Worten, wir sehen uns dann an den Pforten, verabschiede ich mich. Enttäuscht mich nicht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.